Flüchtlingstrecks, Schlauchboote und provisorische Lager sind weltweit bekannte Bilder für Zwangsmigration. Sie stehen für Erfahrungen, die Menschen auf der Flucht machen. Die Ursachen für Flucht und Vertreibung sind dabei unterschiedlich, aber die Probleme der betroffenen Menschen sind vergleichbar. Sie werden bedroht und erfahren Gewalt. Sie suchen nach Schutz, leben in provisorischen Unterkünften und versuchen, in einem neuen Umfeld zurechtzukommen. Unterwegs müssen Flüchtlinge viele Hindernisse überwinden. Grenzen zwischen Staaten gehören dazu. Hier entscheiden andere Menschen, ob und wie der Weg weitergehen kann. Hindernisse in der Landschaft wie Gewässer oder Gebirge können zusätzliche, teils lebensbedrohliche Gefahren darstellen. Kriegssituationen geben den Weg vor, da er nicht durch Gebiete führen kann, in denen es Kampfhandlungen gibt. Wenn Flüchtlinge dann eine Grenze überschritten haben, beginnt ein neuer Abschnitt ihrer Fluchtgeschichte. Im 20. und 21. Jahrhundert sind ganz unterschiedliche Formen von Unterkünften für Flüchtlinge entstanden. Sie wohnen in Zelten und Baracken oder in Flüchtlingslagern, von denen manche das Ausmaß von Großstädten haben. Flüchtlingslager sind Orte voller Widersprüche. Schutzsuchende finden hier Zuflucht und werden versorgt. Aber sie stehen auch unter Kontrolle. Ein Flüchtlingslager soll keine dauerhafte Unterkunft sein. Trotzdem verbringen manche Menschen dort viele Jahre. Dann wird das Leben im Lager zum Alltag und die Zukunft bleibt ungewiss. So wird das Lager zu einer Zwischenwelt für Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten und noch keine neue Heimat gefunden haben.